herzlich willkommen bei stefan entdeckt die welt herzlich willkommen in nord thailand heute ein kleines farm update das ist ganz oft gewünscht worden mensch wie geht es den katzen wie geht es in hönnies was macht die farm wie sieht es aus bei euch und das erzähle ich euch im heutigen video denn es gibt einiges was neu ist aber vor dem neuen habe ich mich erst mal um das alte gekümmert es war mal wieder an der zeit eine runde müll zum recycler fahren wir haben ja das riesenglück 800 bis 1000 meter von hier ist ein recyclehof da kann ich den ganzen kram hinbringen und so eine karre voll müll für uns ist es müll hat mir sogar 120 bad gebracht es war relativ viel altmetall dabei viel was ich mit dem magneten hier auf dem land gesammelt habe viel alte fischdosen die katzen kriegen ja bei uns ab und zu mal so eine fischdose und als ich dann wieder da war habe ich mal angefangen mich um die garage zu kümmern und was ihr da in der mitte sieht das ist eine werkbank und die hat der am so person mehr gebaut ich habe dann noch einen schraubstock gekauft den haben wir noch drauf getackert rechts daneben das ist ein metallgestell da hat er seine handkreissäge drunter gebaut jetzt hat er eine tischkreissäge ich habe den kompressor rausgeholt den besen ausgeholt erst mal klar schiff gemacht viel aussortiert das ganze werkzeug aus der werkstatt rausgeholt das hing zwar da auf so ein brett an der wand aber da standen unten die schmiermittel drunter wenn das dann runter fällt dann kuschelste das ist alles misst ich habe einfach dieses ganze brett jetzt hier eine werkbank festgemacht da ist das werkzeug drin das ist noch nicht die ideale lösung dieses gelbe wo das drin hängt das sind so kleine halter womit man eigentlich rohre an der wand festmacht so schellen um rohre vernünftig zu befestigen die sind etwas zu weich das werkzeug futschte auch schon mal durch mal gucken irgendwann finde ich was besseres aber die hatte ich eh noch da ja dann habe ich einfach mal ordentlich klar schiff gemacht mal die kette an dem chicken mobil vorne ordentlich gefettet das war auch mal nötig am kett mobil mal die luft kontrolliert und wusste nicht wie viel da reinkommt musste ich erst mal im internet gucken ja und so tausend kleinigkeiten halten ich meine wenn man so ein großes grundstück hat hier dann fallen hat ständig irgendwelche arbeiten an und das blöde ist halt wenn man dann zwischendurch mal zum handy greift und irgendetwas gut nachgucken will dann wuppdi wupp häng ich wieder irgendwo ihr kennt das selber dann hängt man fest und dann ist wieder eine halbe stunde weg ich habe dann hinten im hühnerstall noch einen baum weg gemacht das hatte ich deshalb versprochen so was kleineres und noch ein bisschen am leihe geschnitten und dann kamen dann gegen zwei viertel nach zwei unser besuch zwei zuschauer die hatten sich angemeldet und die sind mit ihren motorrädern vorbeigekommen total nett wir haben bestimmt anderthalb stunden zwei da kaffee getrunken da ist ein schlumpf dass die sopa die ist rüber zum gästehaus zum duschen wir haben gerade kein wasser im haupthaus kein warmes wasser irgendwie spinnt der durchlaufer hitze aber übermorgen kommt der jui unser elektriker der muss eh mal hier wegen der aircon im schlafzimmer gucken und dann soll der mal gucken ob wir einen neuen durchlaufer hitzer brauchen das ist der kolemeiler der ist auch warm den hat der am gestern angemacht heute morgen war kurz daran hatte dann zugemacht dass kein luftmann ankommt das glimmt jetzt noch bis übermorgen alles durch dann hat er wieder 45 säcke kohle und dann will das am samstag direkt wieder befüllen da ist mal der blick über die mauer hinten raus und da habe ich im moment auch so eine splinerte idee mal gucken ob wir das umgesetzt kriegen kostenrahmen müssen wir mal abschätzen wenn nämlich eigentlich ganz nett wenn man da irgendwie noch ein salar irgendwas hätte wo man hoch sitzen kann dass man diesen ausblick hier abends genießen kann ich finde das wunderschön da hinten die berge das ist ja dieses faunen naturschutzgebiet und ja ich spinne da gerade was zurecht mal gucken ob was draus wird der aber hat mehrere stunden hier hat sich um diversen kram gekümmert und ich bin eben einfach noch mal los mal geguckt was machen die makut die kaffeelimetten da macht so ein paar ja unser shampoo und unser spüli selber von das wird dieses jahr auch wieder reichlich an dem baum haben nur ein baum aber der hat so viel früchte das ist unglaublich ja neben den makut natürlich der teich ihr seht wie hoch das wasser im filter steht ich muss unbedingt den filter mit dem hochdruck reiniger sauber machen übermorgen bin ich wieder den ganzen tag da morgen bin ich den ganzen tag auf der ennie unterwegs da habe ich ihm versprochen ihm zu helfen und ja so da ist mein plätzchen wo ich abends im moment gerne sitze denn es ist ja angenehm kühl die mangos blühen gerade wunderschön wirklich wunderschön wir werden dieses jahr riesig viele mangos haben alle mangobäume liegen gerade wirklich prächtig los und es ist eine pracht das anzuschauen und ich weiß noch im ersten jahr als ich hier waren die mangos haben geblüht da habe ich total habe ich auch geblüht hatte ich allergie von den mangos also es war damals unsere vermutung dass es von den mangos ist entschuldigung das bild ist leicht unscharf das sind die somo die pomuleros die wachsen auch prächtig ja aber mittlerweile habe ich keine keine allergie mehr schaut mal der hühnerstall ist leer ich bin extra noch mal drüben gewesen weil alle gefragt haben was oder viele gefragt haben was machen denn die hühnis die hühnis schlafen gerne im baum die gehen tagsüber den stall die legen da auch ihre eier aber abends sitzen sie immer hier im baum und schlafen da wir haben also immer noch vier legehühner und von den ehemals sieben küken die wir da vor unserer tür gerettet haben da leben noch drei zwei mädchen ein junge jahre haben jetzt einen hahn aber ich habe das mit dem besprochen und bis jetzt hält er sich dran hier wird nicht gekräht wunderschönes tier wunderschönes federkleid der leuchtet in allen farben je nachdem wie die sonne steht der schildert richtig ganz tolles tier und das ist ein bisschen witzig diese zwei hühner und der hahn die sind hans haben bei der sofa und die vier mädchen die legehühner die kommen zu mir und wollen gestreichelt werden also ist wirklich das sind ihre hühner und meine hühner und irgendwie ja aber die haben sich auch ein bisschen aneinander gewöhnt da ist immer noch futterneid aber die hacken nicht mehr aufeinander rum das liegt natürlich auch daran dass diese hühner jetzt hier einfach ein bisschen größer geworden sind die wissen sich zu wehren schaut mal wirklich ein schönes tier leider das bild ein bisschen unscharf ist einfach das licht ja unsere limetten die werden irgendwie nix wir haben drei limettenbäume und die wachsen auch und machen und tun aber wir kriegen keine früchte dafür haben wir so viele von diesen papayas da könnte ich glaube ich halb europa mit versorgen ich glaube sieben oder acht bäume die tragen alle so viel wie der hier wir wissen gar nicht mehr wohin damit die christsterne blühen noch dass jetzt die jahrszeit wunderschöner farbtupfer hier auf dem land die mimi läuft mir immer nach ich was land laufe der kleine schwarze kater dem geht es auch gut der war nur heute abend nicht dazu in der lage sich fotografieren zu lassen ich nehme mal an dass der irgendwo unter dem baum liegt und pennt aber mimi ist gerade sehr anhänglich da kann ich laufen wo ich nicht will mimi ist immer mit dabei guckt was macht der dicke man da das die jee das unsere älteste katze die darf auch manchmal bei der sofa abends auf der bettdecke liegen und schläft dann im bett normalerweise ist das in thailand nicht so üblich aber die hat sich da irgendwie durchgesetzt dann war ich heute noch mal hinten bei den bananen abgesehen da ist eine staude fast so weit ich denke mal noch vier wochen oder so dann kann man die auch ernten wunderschöne gewachsene bananen super lecker und da freue ich mich drauf die esse ich sehr sehr gerne das problem bei den bananen ist natürlich wenn du so eine staude hast musst du ja grün ernten damit die nicht von den vögeln weggepickt werden dann reifen die ein bisschen nach und dann hast du so viel bananen da weißt du ich will verschenken halt zwei drittel und ein drittel essen wir dann selber aber wenn jemand anders bananen hat dann schenkt der uns halt was und so gleicht sich das wieder aus meistens haben wir bananen für umsonst ja was halt einfach zu viel dann ja mimi ist mir immer auf den fersen mal gucken was macht er denn jetzt wieder wo geht er denn jetzt wieder hin und das ist eine liebe die ist auch immer aktiv hier dabei aber die schläft auch viel im haus der kleine schwarze den lassen wir nicht so gerne im haus penden weil das eine chaos katze ist der klettert dann nachts auf die schränke schmeißt irgendwelche bilder um oder hinterm fernseher zubbelt die kabel raus der ist einfach unheimlich aktiv auch ein ganz lieber aber das einfach keine katze fürs haus und da gibt es ja noch die schwarz-weiße katze die ist auch viel da aber dies auch sehr viel draußen dass es hier sozusagen die katze die auf dem grundstück aufpasst und die schleppt auch schon mal irgendwelches federvieh oder oder schlangen an dies ja der muskulöse teenager hier auf dem land genau also das war das kleine farm update vielen lieben dank fürs zuschauen seid nett zueinander macht's gut und bis zum nächsten video tschüss